Ja, perfekt! Let's go! Ich hab schon gesagt! Achso. Und jetzt muss man auch ein bisschen kürziger Flexibilität. Die Donnerzeit ist da ja momentan und muss die Zugfahrt. Und wir reisen ja wohl eigentlich ruhig nach. Und wir müssen die Hose. Und ich muss die Hose. Und die ganze Zug.